Heute spielen wir Overwatch, aber das nicht alleine. Er heißt Soldier 76, weil er so alt ist. Denn während des Free Weekends habe ich Jan, Jakob und Simon dazu gezwungen, sich das Spiel zu holen. Nachdem Jan das Tutorial bestanden hat, war es Zeit für die erste Runde. Oh mein Gott, das ist ja wie Valorant. Drück mal jetzt E, drück E, drück E, drück E. Ich bin Affe. Oh mein Gott, ich bin direkt dran drin. Oh mein Gott, in der wir absolut geklebt wurden. Ah, dann wird dir nicht gerechnet, die Opfer. Bis jetzt war es pretty damn easy, muss ich sagen. Ja, das ist halt... Guck mal, hier ist Bob. Das hast du gebobbt. Oh mein Gott. Spielen wir gerade gegen Bots? Nein, wir spielen gegen Gegner. Echte. Das macht das Ganze so. Hilarious. Die haben mich gerade weggemacht. Ja, ist auch schlecht. Ich bin schlecht. Spiele doch, spiele ich auch. Ja. Ich werde gemobbt. Zurecht. Die zweite Runde vollendet und jeder jetzt wissend, wie Overwatch funktioniert, ist die Zeit für den normalen Overwatch Bullshit gekommen. Das haben wir dir auch schon gesagt. Nein, hast du nicht. David haben dir das gesagt oder warst du der Einzige? Keine Ahnung. Sag doch, du warst der Einzige. Wir stehen beide besser da. Ich hör dir nicht zu. Oh mein Gott, im Greenspan. Nico, mach ein Video von mir. Weg hier, hallo. Warte, warte, warte. Ich brauche ein Video von... Wow. So sick. Die Leine. Hi. Ich würde tatsächlich sagen, Moira ist von den Healern... Moira. Äh. Hast du mich gerade versucht zu heilen? Nein. Ich bin immer noch dabei, dass Rechtsklick ein Scope ist. Moira. Moira. Ich hab Highlight geschafft. Achso, das war das mit der Ult, ne? Die war aber auch... Hast du gemobbt, oder wie? Oh, Junge. So muss das rein, Junge. So muss das rein, Junge. So muss das rein. Alter, was ist das? Das ist Reinhard. Das ist Reinhard. Moira. Was? Moira. Lass doch mal spielen. Das sollten wir machen. Das sollten wir nicht. Nein. Nein. Alter, ich werd halt so rangenommen. Ich fühl mich irgendwie keine Ahnung. Der kommt so finde ich mich auch. Ja, ich bin direkt down, Alter. Ah, fuck. Ja, aber dann dreht man einfach die Hände um, ganz ehrlich. Moira. Das ist Französisch, Junge. Aber du sagst Baptiste. Baptiste. Ohne P. Der heißt Baptiste. Wohin? Wohin? Vorne Eingang am besten. Welchen? Oh mein Gott, wer... Wär's die, von der's so viele Cosplays gibt? Ja. Die war. Die war. Die war. Finde ich hot. Oh fuck, was ist... was sind so... Googeln hier? Lach mal durch, das... das heilt. Ha, lach mal durch, das heilt. Und so. Guck mal, ich hab wirklich... Der hat das Wort drin. Ach, Digga. David, das ist asozial. Das ist Cybermobbing. Das ist wirklich asozial gewesen. Die unklaut mir einfach mal ein Kehl. Cry about it? Pussy? Pfff. Ach du Scheiß. Ich hab ihn dir gerade angeschaut. Achtung! Der! Ja! Was würdest du sagen, wie ist Overwatch so? Imagine wasting money on a game that's free. Hallo, herzlich willkommen am Ende des Videos. Ich hab jetzt hier die letzten 6 Stunden dran gesessen. Sogar noch mehr. Also ich würd mich selber ein Abo freuen. Und, falls ich nicht, sieht man sich im nächsten Video. Fuck! Okay. Hahaha.